Als Sache von der Comedie ist gewähnt von Rekordz. Als Sache von der Sache, wenn ich 15, 16 Jahre alt kenne ich, ist noch alt, ich weiß nicht, ich sehe vor sich von Michael Rosenberg und Schöpfel Kannerck, vielleicht kommen sie in Montreal an den Jahren. Er sagt, ich will nicht, 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 ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, aber ich will nicht. Ich weiß nicht. Ich darf ein das Committeeen sagen, dass sie eine Spitze zu nehmen und eine Sorge, was ich wüsste. Ich bin nachgedavant in der Gräste Scheele in der ganzen Welt, in der ganzen Welt, in der Gräste Scheele, in der ganzen Welt, in der Gräste Städte in der ganzen Welt, drei Jahre in der Poughkeepsie. Und ich bin nachgedavant in der Scheele, ich bin nach so gepackt, Menschen haben sich geschlugt mit mir, muss ich geschlugt mit mir, ich habe auch geholfen, ich habe auch geholfen. That's the intro to the thing. Ein anderer hat gegat, was er machte Bakusche, was er machte Offer. Sie gehen in der Society, wie sie kommen, die Namen, die Stippen, die Society, und sie haben gegatet auf Zürich, sie haben gegatet auf den Soylen, in der Semeterie. Und sie haben keine Verkaufung, keine Verkaufung, sie gehen in der Verkaufung, sie gehen in der Verkaufung, aber sie gehen in der Kop, Eine große Seite, die Sie haben ja Ghost sealiert, zwei Blöck von der Städte, drei Blöck von der Moment Picture, die Luft schmackt. Er hat auch zu viel Geld, wenn ihr sterbt, hat man auch keine Gruppen-Duats, ein bisschen Covid für die Celebrity gegeben. Dann hat er mir gegeben Geld und Geld gesagt, das Geld ist schon nicht gewöhnt. Dann hat er gesagt, er hat einen Eizig, ich hätte auch sterben, da kann ich schon mehr Geld nicht geben. Dann hat er gesagt, andere Recher hat sich getzelt in einem Baseball-Game, getzelt in einem Football-Game. Sie gewöhnt alle mit der Welt. Ich habe ihm gesehen, in Montreal, in den 1960ern, nach der Sechs-Tag-Milchumme in der Schule. Ich kann auch sagen, das ist nur ein Theater, aber ihr seid nicht von hier, denn ich weiß, es ist der Monument National. Ich weiß nicht, es ist jetzt der Canada Theater School, ich weiß auch nicht, auf St. Lawrence Boulevard, in der alten Gegend. Ich habe auch gesagt, dass er in der Schule ist, die Sechs-Tag-Milchumme in der Schule ist. Sie kamen eine Leib zu Schaleim, zu der Kültel und sie kamen mit seinem Freund. Sie kamen mit seinem Freund und kamen mit dem Kültel und kamen mit einem Kültel und die gewendet und gehackten Kuppen und was, dass er so ein Mischige geworden ist. Mein Freund sagt, wo macht das Name dem Himmel, wo ist es geschehen? Er sagt, wo ist es für ein paar Jahre lang? Sehen Freund hat er in der Real Estate gemacht. Er sagt, dass er so ein Menschige und wo ist, dass es in der Land alleine ist. Das wird erfolgt. Das ist ein Schöpselkern. Vielleicht kommen wir nach Montreal, die Menschen sagen, ich bin schon ein Alter. Welche Menschen denken? Sie gehen nach einem Mount Royal Theater. Sie sagen, was sie wissen, auf Laurier und Lesbonnade. Vielleicht kommen sie dort. Mein Freund kann sich vorstellen, die Sachen. Ich weiß nicht, die Menschen haben ihn verstanden. Ein bisschen hat man ihn verstanden. In jenen Tagen gab es noch mehr Menschen, die im Gewicht Jüdisch finden, ältere. Aber ich weiß noch, Jüdisch, das war eine Sprache. Wir hatten zwei alte Menschen. Ich hatte ein Boot, mit der Kapotte. Zwei Jüdinnen kamen raus. Wir fangen zu schlucken. Es war schon heimlich. Es war mit meinem Freund. Und ja, das war er mit seinem Freund. Mit seinem Jid-Life-Crisis. Hör auf der Seite. Wohlfrau... Alles Öl.